Ja hier ist wieder euer Papa Guy. Heute mit einem speziellen Video. Heute 1000 Grad Messer mit Stein. Ich tue das gerade mal hier in meinen Feuer halten und werde dann mal gucken, wenn es 1000 Grad erreicht hat, den Stein zerschneiden. Ihr könnt ja mal in die Video schreiben, ob das dann funktioniert. So, wir haben die 1000 Grad erreicht. Jetzt seht ihr, wie das glüht und dann gucken wir mal, ob wir das durchschneiden können. Wir fangen gerade an durchzuschneiden. Das tut sich nichts, der Stein hält sich wacke. Also die 1000 Grad funktionieren leider nicht. Jo, da müssen wir leider mal eine Spitzhacke auf 1000 Grad machen. Vielleicht funktioniert ja das. Dann machen wir das mal. So, wird das gerade geladen. Also schön heiß gemacht. Ich brauche eine Spitzhacke und keine Axt. Das ging sofort wie Butter, aber das hier funktioniert nicht. Ich komme nicht durch diesen Stein durch. Wir tun nochmal Erde verwenden, probieren. Funktioniert das mit Erde. Funktioniert leider auch nicht. Schade. Wir haben leider den Stein und sowas nicht durchbekommen. Ja, das ewige Feuer brennt immer noch seit 6 Jahren, aber leider hat es nicht geklappt. Bis zum nächsten Mal. Euer Papagei. Wenn du gleich in Ordnung haben. Ich bin der Chat. Ich bin der Chat. Ich bin der Chat.